Willkommen zu Atmen 4.0. Willkommen zur Ablog-Technik. Mein Name ist Dr. Wilfried Engelke. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt, Zahnarzt, Kieferchirurg, Phoniater und habe mich viele Jahre mit diesem Thema an der Universität Göttingen beschäftigt. Wir befinden uns hier in den Räumen der Universität Göttingen und ich möchte Ihnen kurze Informationen geben zu dem Thema unseres Buches und zu dem Thema unserer Veranstaltungen. Die Ablog-Technik zielt darauf ab, dass wir eine freie Atmung haben, dass wir sicher durch die Nase atmen und dass wir einen erholsamen Schlaf nutzen können. Nun, das Ganze heißt Atmen 4.0, aber wie Sie alle wissen, gibt es nur drei verschiedene Räume, durch die wir atmen. Das ist die Nase, der Mund und der Rachen. Das ist Allgemeinwissen, aber es ist nicht mehr aktuell. Das biofunktionelle Modell besagt uns, dass wir nicht drei, sondern vier verschiedene Räume haben und das hat erhebliche Bedeutung. In diesem Schema sehen wir die Räume 1 und 2 und diese Räume befinden sich in der Mundhöhle. Das heißt, die Mundhöhle besteht nicht aus einem, sondern aus zwei verschiedenen Funktionsräumen. Und diese Räume lassen sich über die Fluidmechanik, das heißt durch die Mechanik von Gasen und Flüssigkeiten, definieren. Hier sehen wir einige Beispiele aus der Geschichte, bei denen sich Wissenschaftler mit der Fluidmechanik beschäftigt haben. Die Versuche von Otto von Güricke mit seinen Saugglocken und den Pferdegespann kennen wahrscheinlich viele von Ihnen viele hundert Jahre alt, aber auch Mediziner wie zum Beispiel Dr. Dondos im Jahre 1873 oder auch der Kieferorthopäde Frenkel aus dem Jahre 1973 haben sich mit dieser Technik beschäftigt. Wir stellen fest, dass die Fluidmechanik auch in der Mundhöhle und beim Atmen eine große Rolle spielt. Insofern ist die Mundhöhle aktuell, wenn wir sie mit Hilfe des MRTs untersuchen, so klar zu definieren, dass Luftweg hier mit der Nummer 4 gekennzeichnet und der Speiseweg hier Nummer 1, 2 und 3 sehr unterschiedlich dargestellt werden. Im Sport geht es darum, den Luftweg möglichst weit zu stellen und das kann man nur durch Muskeln, also auf der Basis der Festkörpermechanik. Im Gegensatz dazu sieht es in Ruhe und in der Erholungsphase ganz anders aus. Hier können wir nämlich durch Nutzung der Fluidmechanik die Räume 1 und 2 schließen und geschlossen lassen lassen, ohne dass wir größere Muskelkräfte benötigen, um diesen geschlossenen Zustand zu erhalten. Wir können dies heute auch mit Geräten messen. Wir können diese Geräte zum Üben und zur Kontrolle nutzen. Wir haben zur Verfügung den Ablocker und es gibt bereits elektronische Systeme, die eine Profilbildung ermöglichen und damit die Übungen auf eine sichere Datenbasis stellen. Damit haben wir jetzt ein neues Verfahren, was die alten Konzepte der myofunktionellen Therapie hier grün dargestellt und auch die Konzepte der Kieferorthopädie hier rot dargestellt, ergänzt. Die gelben Bereiche lassen sich nur mithilfe der Fluidmechanik, wie wir sie heute verwenden, beeinflussen und das hat Konsequenzen. Konsequenzen für ein besseres Atmen, Konsequenzen für eine sichere Nasenatmung und Konsequenzen für einen erholsamen Schlaf. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie uns in unseren Kursen der Ablock Academy hier in Göttingen besuchen. Untertitelung des ZDF, 2020